Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wie versprochen, letztes Mal jetzt auch wieder mit Facecam hier so, ne, hallo. Hab aber gerade ein Käppi auf, weil meine Haare wieder etwas zu strubbelig sind. Ich bin ja leider ein Lockenmensch. So, ich hab letztes Mal mein Inventar nicht leer gemacht. Oh, die Hose kann ich jetzt anziehen, geil. Und mal gucken, letztes Mal hab ich ja den Tunnel da unten ein bisschen weiter gebastelt, ne. Muss ich gleich mal gucken, ob ich da eventuell... Lila... Ach, ist wahrscheinlich unten drunter, okay. Ähm, muss ich mal gucken, was ich da noch eventuell machen kann beim Tunnel, was da jetzt ansteht. Mal kurz hier. Oh, ein paar Eier. Ich scheine da teilweise recht produktive Hühner zu haben. Wahrscheinlich ist in dem einen Trichter noch ein bisschen mehr drin als in den anderen. Äh, deshalb hat das so lange noch gemacht. So, mal gucken. Ähm, hier muss ich mich eigentlich erst... Erstmal nur um den Eingang dann kümmern, ne. Oh, guck mal, die ganzen Alten liegen noch rum, weil ich halt... Ja, seitdem, seit letztem Mal... Ich brauch Fackeln, genau. Weil ich seit letztem Mal... Ähm... Ja, nicht mehr in der Welt war. Meine Güte. Ich mal wieder weiß, was ich sagen wollte. Kann ich den Stein nicht aufnehmen, weil das Inventar voll ist auch geil. Na gut, dann räume ich mein Inventar ein wenig leer. Ähm... Was brauch ich? Also, ich brauch nur Fackeln. Und Cleanstones. Die vielleicht auch und... Eigentlich brauch ich die ja doch alle. Äh... Keine Ahnung. Ist ja egal. Ich räume erstmal ein bisschen Scheiß weg. So. Guter Plan. Auch wenn... Na egal. Was soll's. Die Performance ist halt immer noch nicht das Beste hier. Das geht halt irgendwie leider nicht. So. Die Erde, die ich aufgesammelt hab. Ah, hier. Genau, okay. Bei dem Haus war das, wo die Kisten so voll waren. Mit Erde. Äh... Schwarzpulver hab ich jetzt, glaube ich, nichts mehr. Hab ich hier alles rausgenommen. Schade aber auch. Äh... So. Nein. Ah... Ich bin schon wieder... Ich bin gar nicht verplant. Quatsch. Ich doch nicht. Hört mir ein. Ich hab ja so viele Federn. Und einen neuen Flint. Wow. Ich kann ein paar Pfeile machen. Hier hab ich, glaube ich, auch noch was drin. Genau. Meine Güte. So. Ich glaub, die Kohle kann man hier noch ein bisschen rein verteilen. So. Sieht aus. Da nochmal. So. 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 Ja. Ist egal, ne? Packen wir gleich mal noch ein paar Steine rein zum Braten. Denk ich mal. Hätte ich eigentlich auch noch das letzte Mal, als ich drüben war, machen können, ein paar Steine ins Häuschen zu packen. So. Aber dann werde ich hier schon mal die ganzen Steine los. Ah. Okay. Das eine Stack kann ich nur mitnehmen. Brauche ich denn noch TNT? Ich bin grad so voll... Ne? Weiß auch nicht. Palaberig. Aber ich laber eigentlich immer deshalb. Na, egal. Ich bin halt einfach. Ähm. Warum mach ich denn das Diamantschwert noch mit? Keine Ahnung. Hab ich wahrscheinlich mal auf Level 30 verzaubert. Und dann dachte ich mir, warum auch nicht... Ach toll. Jetzt hab ich keine Truhe mehr da... Ach. Keine Truhe. Kein Ofen mehr dafür frei. Äh. Fackeln. Meine... Och. Was ist... Ne? Ich hab da Kohle und pack die weg. Und dann denke ich mir... Ich nehm ja lieber ein Stack mit. Dann denke ich mir... Fackeln. Fackeln. Hab ich hier noch irgendwo Sticks... Ähm. Ich mag das Geräusch, deshalb mach ich das jetzt in Dauer... Ja, nein. Äh. Ich brauch nur ein paar Sticks. Ähm. Zack. Ah. So. Jawohl. Jetzt haben wir ein paar Fackeln. Das ist doch schon mal sehr gut. Essen hab ich eigentlich erstmal noch genug mit, würde ich sagen. Na, ich denke, das reicht vorerst erstmal. Interessant zu wissen... Ja, würde mich jetzt schon interessieren. Aber ich glaube, ich war dann doch leider zu weit weg als das. Aber da sind noch Hühner drin. Ja, das sind ja gelbe... Hier. Gelbe Punkte. Hm. Müsste ich mir dann einfach irgendwie... Habe ich ja früher manchmal gemacht, so beim Rennen an dem Beihingestellt. Wow, ein Ei. Müsste ich vielleicht jetzt öfter mal noch machen. Aber Wayne, ne? Später. Erstmal ist jetzt wichtig... Genau, wie mache ich denn das Häuschen? Was ist denn jetzt hier los, bitte, ne? Das ist hier aus Cobblestone. Aber Cobblestone will ich hier nicht. Ne, ne. Hier muss... Hier muss Clinch stone. Ich musste auch noch irgendwas überlegen. Aber ich weiß nicht mehr was. Ach genau. Die Bahn. Obwohl, die Bahn endet einfach hier, oder? Ja, komm. Machen wir so. Ob ich die dann irgendwie noch zurückführe, oder sonst was, überlege ich später noch. Ich fürchte, ich habe die Spitzhacke gemacht, dass ich nicht mehr die ganze Zeit noch mit habe. Aber wir werden erst mal sehen, wie weit wir mit der Spitzhacke kommen. Ich wusste sowieso dann bald zurück noch ein paar Cleanstones holen, denn so viel habe ich ja nicht mehr. So, aber erst mal... Ach ja, da habe ich mich... Jetzt habe ich keine Erde mehr mit. Toll. Super gemacht. Aber egal. So. Ach komm, ich kann auch hier anfangen. Mal überall Viecher in der Nähe. Also hier sehe ich das richtig? Ja, sehe ich anscheinend richtig. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Meine Güte, sind die laut. Ach, die sind in dem Gang, den ich vorher... Ja, ist ja klar, ne? In meinem Messgang. Quasi. Maßgang. Das heißt ja auch Messbecher. Also es ist mein Messgang. Oder so. What? Äh, doch, ist richtig noch. Whatever. So, passt er noch? Jawohl. 2, 3, 1, 2, 3. Und da. Mal diese ganze... Passt noch Arbeit. Ich habe eben gerade mal Lust, jetzt ein bisschen hier die U-Bahn zu verlegen. Also ich glaube, Minen-Kahn ist schon schneller, als wenn man sprintet, ne? Werde ich vielleicht auch ab und zu damit hin und her fahren. Jetzt werde ich erstmal nur einfach eine Strecke... Warte, passt das noch? Ja, legen. Und dann werde ich aber später nochmal überlegen, ob ich hier irgendwo eine Rückführung mache oder so. Äh... Obwohl Rückführung, das ist so ein bisschen... Ich glaube, das ist stressig, aber... Ich glaube, da probiere ich vielleicht mal ein bisschen was rum. Und dann mache ich das vielleicht auch. Werde mir wahrscheinlich was mega Umständliches ausdenken, obwohl es dann viel einfacher ginge. Ach geil, hier habe ich sogar schon alles mit den Steinen ausgekleidet. Das heißt, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Verkleidung. Aha. Ne? Wenn ich das richtig sehe... Ach nein, Quatsch. Ich muss ja nochmal den gleichen Gang zurück machen. Da war ja was. Denn... Wozu hätte ich sonst da... Zwei Gänge anlegen sollen? So. Dann laufe ich jetzt erstmal nochmal nach... Nach da nach Hause. Denn da habe ich noch ein Feuerzeug. Da kann ich vielleicht auch gleich noch ein paar... Da muss ich noch ein paar Lava einmal hundern, dann habe ich keine Lust drauf. Hier. Die Decke muss ich wahrscheinlich auch nochmal. Ich glaube, das hier mache ich erstmal. Eigentlich müsste die Decke ja noch einen weiter, ne? So. Wie soll das Täuschen hier oben aussehen? Das Täuschen muss dann eigentlich aus... längstens sein, ne? Wird halt jetzt wirklich einfach nur wieder so... Huch. So eine kleine... Nur ein kleines Ding. Nach unten. Wie man das halt so von Straßenbahnen oder so kennt, ne? Einfach nur ein Klotz. In der Landschaft. Hm. Wie hoch sollte der? Noch ein höher? Oder... Also jetzt kann, glaube ich, das Dach drauf, oder? Ich glaube schon. Dann mache ich das Dach dann... Ja, machen wir das so. Also, jetzt hier noch eine Schicht drauf. Wird zwar schon quasi eine Platte. Aber ich habe da einen Plan. Obwohl, fällt mir... Na, egal. Also, ich werde da nicht so eine Verzierung wie da machen, weil... Nur, keine Lust. Aber ein bisschen was kommt noch. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Ja, hier, das werde ich dann auch gleich noch alles schöner machen oder so. Vielleicht. Ich muss auch noch einen Weg hin. Warte mal, der Weg. Wie habe ich den Weg immer gemacht? Der Weg ist aus... Auch aus Stonebricks. Gut. Soll ich den Weg am R kommen? Wir lassen den Weg einfach dann direkt hier lang führen. Weil was können. So, Schaufel habe ich auch noch mit dabei. Vorsehen. Stimmt, das ist ja die geile Schaufel. Ach, ich hätte mir letztes Mal eine Schaufel verzaubern sollen und nicht einfach nur wild drauf los. Aber vielleicht mache ich das hier noch. Wer weiß, wie weit ich heute level. Meine Güte. Die Spachwachs schlagen wieder zu. Wie habe ich das gemacht? Habe ich das nur mit Platten oder mit Treppen gemacht? Oh, hier ist natürlich alles gerade. Ah, das Treppe ist ja klar. Hier habe ich das mit Platten. Gut. Passt doch alles, jawohl. Dann machen wir das wieder mit Platten. Dann holen wir uns wieder welche und dann wird das. So. Sonst irgendwas Irrelevantes dabei oder so? Keine Ahnung. Oder noch irgendwas, das ich mitnehmen muss. Ja, ich kenne ja noch ein paar. Alter, was ist denn hier nur gerade los, ne? Was ist... Hier fehlt mir Fack... Hier... Waren die Fackeln da schon immer so unregelmäßig? Ich fürchte fast schon. Dann lasse ich sie eben erst mal so, ne? Ich wollte ein Feuerzeug holen, genau. Ein Feuerzeug. Das war es. So, also. Ich brauche, sagen wir mal... Na, wohl mehr als sechs Platten doch. Da. Nehmen wir 37 mit. Steine haben wir ja auch noch. Brauche ich eigentlich gerade nicht so. Tatsächlich. Noch Kuppels. Ach, die habe ich jetzt alle wieder drüben gepackt, die Kuppel, Stohlen, Treppen. Hier noch. Da, geil. Nehmen wir einfach mal beide mit. Ein paar Kuppels, sonst habe ich auch noch. Dann passt das. Feuerzeug. Mein Feuerzeug. Sonst noch was? Nö. Erstmal nicht. Eroste mal nicht. Stimmt, warte mal. Machen wir das gleich auch mal. Fangen wir gleich mal hier an, ne? Mann, ich fange jetzt irgendwie an, drei Stellen gleichzeitig immer wieder neu an. Habe ich so das Gefühl, aber... Nö, wer kann? Oder wer Lust so hat, oder... Wer so verplant ist wie ich hauptsächlich. Die muss ich noch einrichten, alle. Ich habe keine Lust. Ich denke, hier werde ich auch den Teppichboden rausnehmen. Also den roten... Den roten Faden quasi. Ach, hier war ja schon die Hütte. Die waren ja sowieso nur zur Ortsbestimmung quasi, dass ich auch ja nicht übersehe, dass hier was ist. Oder vergesse. Jetzt habe ich vergessen, wie weit ich das da hinten gemacht habe, aber ich glaube, hier sollte das schon sein, also soweit. Aber ich habe doch vergessen, wie weit ich das gemacht habe. Soll ich noch weiter runter? Ach, ich habe die Erde aufgesammelt. Okay. Äh, nichts passiert, nichts passiert. Ich glaube, so müsste das dann passen. Ich hoffe, so habe ich das hinten gemacht. Och, nö. So passt das aber auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Da wird jetzt ja auch kein prunkvoller Eingang, obwohl es ja bisher so quasi das Hauptverteilungssystem ist. Weil es ja mal jetzt einen Anschluss gibt, vielleicht irgendwann nochmal in die andere Richtung gehen werde. Stimmt, ich habe einfach mal aus Spaß an der Freude in die eine Richtung ein bisschen rumgebämmst. So. Ach, vielleicht hole ich mir doch noch... Mann, Alter, was ist denn hier los? Das leckt jetzt ja noch schlimmer als vorher. Ich hole mir ein paar Zäune, das wollte ich sagen. Spiel ich den Rob noch mit 8GB-Ram? Warum was denn da? Ja. Also ja, nicht mit 8, aber... Was soll's? So. Ähm... Also ich hole noch ein paar Zäune. Also ich werde die auf jeden Fall nicht in so einem Abstand wie hier machen. Da habe ich auch wieder Treppen genommen. Okay. Okay, okay, okay. Weiß ich Bescheid. Nach dem Steel werde ich das schon irgendwie machen. Äh... Zäune. Habe ich noch ein paar... Nein, Treppeinheitlichkeiten. Die nehmen wir... Brauche ich gar nicht alle. Nee, da sollten die reichen. Ein paar Kabelstons. Denn ich brauche noch ein paar Treppen. Habe ich noch genug Kabelstons? Mit wird wahrscheinlich nicht reichen. Das wäre zumindest typisch, dass das nicht reicht. Aber... Aber...